Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, wo er dieses Wochenende steht und zwar bei der ETZ, hier bei der gewundenen Bucht unten, wo er immer unterwegs ist, wenn er auf der ETZ anzutreffen ist. Wir düsen hin, wo er exakt steht, schauen uns an, was er dabei hat und ich gebe wie immer meine Expertise zu den einzelnen Sachen ab. Also an dieser Stelle hier könnt ihr hochspringen, durch eine Höhle rennen und dann steht der Wertehändler oben und hat folgende Gegenstände dabei, also die sehen wir gleich hier. Mit dabei hat er wie immer ein exotisches Engram, das machen wir dann ganz am Ende auf. Dann hat er die Prometheus-Linse dabei, ist ein relativ interessantes Spurgewehr, denn Kills mit dieser Waffe geben einen Teil der benutzten Munition aus Reserven ins Magazin zurück, sodass die Dauer des Strahls verlängert wird. Und zusätzlich feuert er einen Solarspulstrahl ab und generiert ein schädigendes Wärmefeld, das wächst, während die Waffe weiterhin abgefeuert wird. Mit anhaltender Schaden fügt dem Ziel Versengen zu. Versengen ist eine Solarfähigkeit, wie auch die Waffe selber Schaden macht und wir haben hier die Möglichkeit natürlich eine schöne PvE-Kombination zusammenzuballern, weil ihr die Feinde versengen können und dadurch die ein oder anderen Fähigkeiten triggern. An sich ist das Spurgewehr ganz witzig im PvE, weil ihr eben hier, wenn ihr länger auf dem Ziel drauf seid, ein bisschen mehr Schaden macht, ist grundsätzlich also ganz nice. Für Leute, die gerne mit Spurgewehren unterwegs sind, für PvE ganz nett. Für PvP nicht zwingend notwendig. Dann haben wir die Jäger, die Glücksbeere mit einem schönen 66er Gesamtwert. Ist mir persönlich ein bisschen zu viel Mobilität, Stärke ist aber ganz gut. Man möchte aber eigentlich möglichst viel Disziplin haben auf der Brust, denn erhöht die Kettenfähigkeit von Arcus Blitzgranaten, wenn du Feinde mit Blitzschlägen Schaden zufügst, die sie aufschrecken und ionische Spuren sammelst, erhältst du zusätzlich Arcus Blitzgranaten Energie. Arcus Blitzgranaten betäuben Überladungs-Champions und verzögern ihre Gesundheitsregeneration. Wir haben hier grundsätzlich ein schöner Kombo mit Arcus, logischerweise. Und wenn ihr alles auf ionische Spuren und Aufschrecken skillen, können wir die Granatenaufladerate wirklich erheblich steigern. Es gibt schöne Kombinationen mit der Glücksbeere, da könnt ihr echt viele Granaten werfen. Die Kettenfähigkeit ist auch erhöht, das heisst es werden mehrere Feinde verknüpft, die Schaden kriegen für PvE ganz ganz cool. Für PvP, ich kann mir vorstellen, dass es schon die ein oder anderen Bills gibt, weil ihr natürlich mit den ionischen Spuren, also man kriegt nicht unerheblich ionisch, also man kriegt nicht wenig ionische Spuren zurück im PvP, wenn ihr dann insgesamt mehr Granaten habt, nicht schlecht. Grundsätzlich gibt es aber andere Exos, die besser sind im PvP. Dann die Dünenwanderer für die Titans mit einem 65er Gesamtwert, erhöht das Sprinttempo, das ist grundsätzlich schon mal ganz nice, gerade für PvP. Sprints bauen eine statische Ladung auf, nach einem Nahkampfangriff auf einen Gegner verursacht diese Ladung eine Schadenskette bei Gegnern in der Nähe. Eine Zeit lang war das im PvP richtig witzig, ihr könntet einfach rumrennen, dann auf die Feinde losgehen, Schulterangriff und ordentlich was weghauen. Das ist, ich sag mal, im Moment schwieriger geworden im PvP. Man kann es natürlich noch probieren, wenn man ein paar Funrunden hat oder wenn bei Eisenbahner wieder viele Leute spielen, kann man die natürlich ausprobieren. Grundsätzlich ist ganz cool, dass ihr hier eine Verkettung kriegt. Es gibt ein paar coole Momente im PvP, die hatte ich auch schon, von daher, ich würde es mal so stehen lassen. Für PvE, ja, es gibt andere Exos, die können coolere Kombinationen erschaffen. Ihr könnt mehr rausholen aus anderen Exos. Ich würde sagen, wir lassen das, ja, so lasse ich es stehen. Ich glaube, so ist gut. 65er Gesamtwert ist in Ordnung. Dann Fluchtkünstler mit einem 67er Gesamtwert. Hattexur, er ist kürzlich schon dabei für die Warlocks. Q drücken und gedrückt halten, also Q ist die Granatentaste, um eine Arcusgranate in eine Arcusseele zu verwandeln und verstärkt zu werden. Entschuldigung. Die Arcusseele fungiert als autonomes Geschütz. Ist übrigens die gleiche Arcusseele, die ihr auch über die Fähigkeit holen könnt von dem Warlock. Das heisst, wenn ihr so Rift stellt, kriegt ihr auch eine Arcusseele oder könnt euren Kollegen Arcusseelen geben. Ist genau die gleiche Arcusseele. Wenn ihr wollt, kann man witzigerweise hier ein Bild bauen, wo man fast nonstop eine Arcusseele hat. Sprich, ihr stellt einen Rift, kriegt eine Arcusseele, die ballert auf die Feinde, die Arcusseele geht weg. Ihr könnt die Granate aufbrauchen, ihr kriegt eine Arcusseele. Und in der Zeit, wo die dann aufgebraucht ist, habt ihr in der Regel das Rift schon wieder ready und dann dann wieder die Granate etc. Wenn ihr also sagt, hey, ich finde die Arcusseele total cool, hier kann man eine endlose Kombination aufbauen, wo die ganze Zeit mit einem kleinen Kollegen auf der Schulter rumballern können. Ganz nett für PvE. PvP, ich sage es mal so, die Granaten sind im PvP zu wertvoll dafür, dass wir sie für eine Arcusseele opfern. Sprich, ich würde eher eine Granate werfen, als die Arcusseele im Kampf haben. Vor allem, da wir die Arcusseele einfach auch schon über das Rift generieren können für PvP. Gut, bevor wir zu den legendären Waffen kommen, ganz kurz noch den Falkenmond. Das hat der Falkenmond drauf. Dann haben wir hier die legendären Waffen. Bevor wir aber zu den legendären Waffen kommen, ihr wisst Bescheid. Einmal Werbung von meinem Werbepartner Holy Energy. By the way, Hashtag Werbung. Die Überschreibung ist ein Link. Das ist ein leckerer Energy Drink, den ihr selber mixen könnt. Haben super viele verschiedene Geschmäcker mittlerweile. Und ihr bestellt es in Pulverform, könnt es mit Wasser anrühren und habt dann relativ fix einen schönen Energy Drink für zu Hause. Das gleiche gibt es auch als Eistee. Wenn ihr also Bock habt auf etwas süßschmeckendes, es hat nahezu keinen Zucker drin, dann könnt ihr hier einen Holy holen. Entweder Eistee oder Energy. Und habt mit oder ohne Koffein. Schaut gerne mal in der Beschreibung nach. Sie haben übrigens extrem viele Geschmäcker. Und wenn ihr euch durch die Geschmäcker ein bisschen durchprobieren wollt, holt euch ein Probierpack. Da könnt ihr auf entspannt für nicht allzu viel Geld euch mal durch die Geschmäcker durchprobieren. Mit dem Rabattcode könnt ihr noch was sparen. Gut. Dann schauen wir uns die Waffen an. Wenn ich was sehe, was interessant ist, werde ich was dazu sagen. Wenn ich nichts sage, dann finde ich sie uninteressant. Grundsätzlich hat Xur meistens viel schlechtes Zeugs dabei und ab und zu mal was Schnuckeliges. Ja, dreifach und fokussierte Raserei. Ich sage es mal so, die Kombination hier ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde die Handfeuerwaffe an sich aber nicht so wahnsinnig gut. Das heißt, die Basis ist nicht so gut. Die Kombination wäre in Ordnung. Obwohl es gibt natürlich auch Leute, die die Handfeuerwaffe mögen. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Die Perks sind aber an sich nicht schlecht. Schade, mit den richtigen Perks wäre die hier richtig gut. Wollschuss, ja. Ist ein Scoutgewehr. Ich sage es mal so. Die zwei Fähigkeiten, die beißen sich eigentlich ein bisschen. Ah ne, stimmt gar nicht. Die unterstützen sich sogar richtig gut. Ja, ich würde sogar sagen, dass das Scoutgewehr mit diesen Rolls gar nicht mal so schlecht ist. Ich finde Wollschuss eigentlich ganz nice. Gerade um kleinere Feinde wegzumachen. Ich denke, die kann man sich durchaus gönnen. Die ist ganz stabil. Dann haben wir nichts Schönes. Linear Versionsgewehr. Chillclip und Messsuche. Nee, mit anderen Rolls wäre sie besser. Das Schöne ist, die gibt es ja auch zum Craften. Man könnte sich bei Xur die Waffe holen. Wenn man dann noch genug Items hat, kann man die zu Redboardern machen. Also Blueprints. Und kann sich die Waffe dann holen. Ja. Wenn man natürlich die Sachen hat. Also, schauen wir uns die Rüstung an. 67. Ja, das ist völlig in Ordnung. Gerade mit viel Disziplin. Wenn ihr also eine Granatenkombination machen wollt, finde ich die gar nicht mal so schlecht. 64. Davon würde ich die Finger lassen. 65. Hier würde ich grundsätzlich auch eher die Finger lassen. Aber da nur zwei Mobilität drauf ist und alles auf den anderen Stats, kann man sich die gönnen, wenn man noch nicht so viel gutes Zeugs hat. Die Beinschoner, die würde ich ganz lassen. Die sehen mir nach gar nichts aus. So. Dann schauen wir uns noch schnell den Warlock und den Jäger an. Was die so Schönes dabei haben. Beim Warlock haben wir 65. Ist mir persönlich aber zu viel Mobilität. Wenn ihr gerne schnell unterwegs seid, könnt ihr euch das gönnen. Ich persönlich präferiere eher andere Sachen. Hier haben wir 66. Hier ist ein bisschen dasselbe. Obwohl ich hier ein Auge zudrücken würde. Hier ist Erholung, Disziplin und Stärke eigentlich ganz cool verteilt. Könnte für ein Bild, wo man über Stärke und Disziplin geht, eigentlich ganz nice sein. Ein 66er Gesamtswert ist mir viel zu viel Mobilität. Den würde ich persönlich nicht nehmen. Auch hier wieder, wenn ihr gerne Mobilität habt, ist er was für euch. Ich persönlich würde ihn nicht holen. 65 hier auch Mobilität. Was ist eigentlich los mit der Rüstung? Wollen wir hier 100% Mobi machen oder was? Naja, wir würden zumindest nah dran kommen. Gut. So ist das beim Warlock. Beim Jäger sieht es folgendermaßen aus. Sobald es lädt. Danke. 63. Die würde ich weglassen. 64. Ist mir zu viel Mobilität. Dann haben wir 64. Aber die Mobilität ist bei 2. Der Rest ist hoch. Könnt ihr euch gönnen. Ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Wenn man gerne Mobi hat, dann eher weniger. Und hier haben wir 65. Das ist völlig stabil. Ja, ordentlich Belastbarkeit. Die würde ich holen. Die würde ich tatsächlich holen. Mit 20 Belastbarkeit kann man die sehr gut brauchen. Gut. Das waren die Waffen. Die Exos und die Rüstungen. Ich gönne mir noch ein exotisches Engram. Einfach, weil ich es kann. Es war nie mein. 63. Da habe ich was deutlich besseres. Gut. Das war der liebe Xur. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like lassen. Kommentar da. Gerne Feedback da lassen. Ob ihr die eine oder andere Waffe geholt habt. Ja. Für den Algorithmus immer ganz sweet. Am Ende bleibt mir dann nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch. Oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.